Paw Patrol zur Zentrale Wir haben gerade erfahren, dass ein Erdrutsch eine Brücke zerstört und eine Hasenfamilie abgeschnitten hat. Wir müssen den Weg räumen und die Brücke reparieren, um sie zu retten. Rubble kann Felsen mit seinem Presslufthammer hervorragend aus dem Weg räumen. Rocky kann die Brücke reparieren, damit die Häschen wieder nach Hause hoppeln können. Marshall kann Rubble mit seiner Leiter weiterhelfen. Sky wird ihren Hubschrauber benutzen, um Rocky dabei zu helfen, die Brücke zu erreichen. Alles klar! Paw Patrol lasst uns zur Schlucht aufbrechen und die Häschen retten. Chanse Schöne Wasn't receive Geil! Rubble! Die Hasenfamilie sitzt in der Schlucht in der Falle. Rubble braucht eine Hilfe, um mit seinem Presslufthammer den Weg zu räumen, damit Rocky die eingestürzte Brücke reparieren kann. Finde alle möglichen Leckerlis. Welche Fellfreundfähigkeit möchtest du ein- Das ist toll! In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Bewege den linken Stick, um deinen Fellfreund in diese Richtung zu bewegen. Ein goldener Pfotenabdruck! Du hast es geschafft! Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Sammle alle Leckerlis, die du findest, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten, wenn du zur Zentrale zurückkehrst. Der K foil Dr rose Sud für Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Wähle die Fellfreundfähigkeit, die du einsetzen möchtest. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Du hast es geschafft! Hilf Rubble, die Felsen an die richtige Stelle zu bewegen. Gut gemacht! Fantastisch! In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Du hast die Leckerlis gefunden. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Mal sehen, ob du... Die Hasenfamilie sitzt dort vorne in der Falle. Mach weiter und hilf Rubble, den Weg zu räumen. So hoch kann Rubble nicht springen. Wir brauchen Marshall und seine Leiter. Wähle welche... In Ordnung. Jetzt können wir weitergehen. Finde und sammle alle Leckerlis, die du finden kannst. Bist und Schiefluster, die du in den Pfotenabdechelstisch gefeiert hast. So hochrillene, wieién ist das Grim. Onsteiger das Grim. Every Poster ohne میں, muss man etwas zu machen. Ich schmecke ihnen an den Pfotenabdruck. So hochindeliere der Pfotenabdruck. Als auf der Nähe gibt, wenn man in der Pfotenabdechelstisch gefeiert, guckst dumme, würde man mit einem heller schweig starten! Also, das ist besser geworden. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit. Perfekt! Ich erfasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in der Nähe. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Sammle alle Leckerlis bei einem... Rebel hat den Weg freigeräumt. Jetzt ist Rocky an der Reihe. Hilf ihm, die Brücke zu reparieren und die Häschen zu retten. Rocky! Lass uns weitermachen. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen würde. Gut gemacht! Fantastische Kleiderpartie! Lass uns weitermachen! Sammle weitere Leckerlis, die du findest. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Du hast die Leckerlis gefunden! Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Rocky kann nicht so weit springen. Kläffe um Skys Hilfe, um diesen Baumstamm wegzuräumen. Wähle die Fähigkeit, um den Baumstamm wegzuräumen. Wähle die Fähigkeit, um den Baumstamm wegzuräumen. In Ordnung, jetzt können wir weitergehen. Die Brücke vor uns ist eingestürzt und eine Hasenfamilie sitzt dort in der Falle. Hilf Rocky, diese Brücke zu reparieren, damit die Häschen wieder nach Hause können. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Wähle die Fellfreund-Fähigkeit! Wähle die Fellfreund-Fähigkeit! Photastische Kleiderpartie! Lass uns weitermachen! Ein goldener Pfotenabdruck! Du hast es geschafft! Finde und sammle alle Leckerlis, die du finden kannst. Lass uns weitermachen! Nass uns weitermachen! Z Wenn du D-dü sowas, kannst du hier hin. Wenn du D-dü sowas, kannst du dich bingelst! Äh! Finde und sammle als du D-düpat! Z Wähle die Gute Arbeit Fantastische Kletterpartie Lass uns weitermachen Du hast welche Fellfreundfähigkeit Das ist toll Hilf Rocky, die Bauteile An die richtige Stelle zu bewegen Gute Arbeit Du hast es geschafft Gut gemacht Paw Patrol Diese Häschen sind so glücklich, dass wir die Brücke repariert haben, damit sie wieder nach Hause können Du hast so viele Leckerlis gesammelt, dass du ein Platin-Leckerli erhältst Du hast alle goldenen Pfotenabdrücke Und das Bild für diesen Rettungseinsatz freigeschaltet Fellfreunde, wir haben einen neuen Einsatz Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Untertitelung. BR 2018